Hallo und herzlich willkommen zu Sofias pinke Welt. Heute wollen wir das Alphabet lernen. Wir beginnen mit den Buchstaben A wie Affe, B wie Banane, C wie Clown, D wie Delfin, E wie Elefant, F wie Fisch, G wie Gitarre, H wie Hamster, I wie Igel, J wie Jaguar, K wie Klavier, L wie Löwe, M wie Mama, N wie Nashorn, O wie Oma, P wie Papa, Q wie Qualle, R wie Rentier, S wie Schlange, T wie Tiger, U wie Uhu, V wie Vogel, W wie Waschbär, X wie Xylophon, Y wie Yacht und Z wie Zebra. Wir wiederholen nochmal. Das war das Alphabet. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Lasst ein Gefällt mir da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Sofias pinke Welt mit Sophia. Tschüss!